Du läufst ins Büro und du weißt jetzt schon, dass sich in dir alles zusammenziehen wird. Du gehst ein paar Schritte rein und der erste Mensch kommt dir entgegen. Da geht's schon los. Wie soll ich mich gegenüber diesem Menschen verhalten? Soll ich grüßen? Ich kenne ihn noch nicht so gut. Soll ich warten, bis er oder sie zuerst grüßt? Ah, er hat mich nicht gegrüßt. Zum Glück. Okay, ich laufe einfach erstmal weiter. Geh durch die nächste Tür. Da sind jetzt zwei Menschen. Was mache ich jetzt? Du gehst an diesem Menschen vorbei. Zum Glück haben sie dich nicht gegrüßt. Und mit jedem Schritt kommst du zu deinem tatsächlichen Arbeitsplatz, wo du dich jeden Tag befindest, näher und näher und weißt, irgendwann muss ich irgendjemandem Hallo sagen. Und dann kommt eine Person dir entgegen, die dir Hallo sagt. Und du sagst, guten Tag, hallo. Und deine Blicke gehen direkt wieder weg, weil du nicht weißt, wie du das Gespräch weiterführen sollst. Die ganze Zeit ist in deinem Kopf eine Blockade, weil du nicht weißt, was du tun oder sagen sollst, um dich richtig zu verhalten. Das bedeutet, die Gedanken der anderen sind dir ein extrem großes Hindernis. Du fragst dich, was die anderen über dich denken und das hält dich davon extrem zurück. Einfach so frei und ungezwungen, mit jedem einfach nur so dich zu verhalten, wie du es gerne tun würdest, wenn du frei wärst. Und dieses Verrücktmachen über, was denken die anderen von mir, was es im Endeffekt ist und was es im Endeffekt in jeder sozialen Situation ist, wenn du dich nicht vom Fleck bewegen kannst. Du kannst auf einem Date sie nicht küssen. Du kannst das Ganze nicht in die sexuelle Richtung bewegen. Du kannst nicht flirten und so weiter und so fort. Damit das Ganze auch in eine Beziehung geht und nicht einfach nur in Richtung beste Freunde. Und das Ganze ist die Frage, was denkt sie von mir, was denken die anderen von mir. Ich habe keinen Bock mehr gehabt, mir diese Frage zu stellen. Und ich bin jetzt gerade wieder komplett an diesem Punkt, dass ich diese Folge diesem Thema widmen werde, weil das einige unserer Teilnehmer in der Flottenmasterclass ebenfalls gerade erleben. Und wir wollen dir die Antwort geben, was du tun sollst, damit es dir endlich scheißegal wird, was andere von dir denken. Herzlich willkommen zum Freundin für den Podcast. Mein Name ist Andy Friday, dein Coach, die Frauen zu verführen und zu behalten, die du wirklich willst. Und mit dabei haben wir natürlich wieder Dominik Vanave, unserem Experten für Selbstbewusstsein. Jawohl. Und die Frage, was denken die anderen von mir, was denken andere über mich, ist eine sehr interessante Frage, weil sie extrem tief geht. Und wir uns nicht nur mit Selbstbewusstsein beschäftigen wollen in dieser Folge, sondern entsprechend auch mit Selbstwertgefühl. Und die Frage hat auch was sehr Überraschendes an sich. Aber ich will gar nicht so viel vorweggreifen. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich werde jetzt eine Frage vorlesen, die einer unserer Teilnehmer, unserem Coaching-Team gestellt hat. Und nur für den Kontext. Er wird hier von einem Begriff Gebrauch machen, den wir furchtlose Verehrung nennen. Furchtlose Verehrung, und damit du das verstehst, ist eine Form des Flirtens, wo du ganz klar, ganz, ganz klar der Person zeigst, dass du Interesse an ihr hast. Ja, wir reden ja oft von Verehrung und Unabhängigkeit. Über Unabhängigkeit sprechen wir verdammt oft. Das heißt, das sollte dir ein Begriff sein. Well, furchtlose Verehrung ist einer dieser praktischen Wege, um auch in die Verehrung zu gehen. Um dieses Gleichgewicht auch halten zu können, damit dein Gegenüber nicht nur denkt, oh wow, der ist ja unabhängig. Sondern indem der Gegenüber auch weiß, hier könnten jetzt die Funken fliegen zwischen uns beiden. Romantisch gesehen. So, also, der Gute stellt die Frage, wie gehe ich damit um, immer für die furchtlose Verehrung oder Telefonnummer den richtigen Moment finden zu wollen? Ja, also den richtigen Moment finden, damit er verehrt oder damit er die Telefonnummer dieser Frau bekommt, mit der er gerade spricht. Wie gehe ich damit um, dass ich Angst habe, wie andere reagieren, wenn sie mitkriegen, dass ich eins von beiden mache? Und bevor ich hier loslege mit meinen Gedanken dazu, will ich die Frage direkt mal an dich stellen, Dominik. Weil das zunächst mal ja tatsächlich eine Mindset-Frage ist. Ja. Die Angst davor, was andere von dir denken können, ist erstmal eine, die wir alle haben. Das ist eine menschliche Angst. Die kommt daher, dass wir aufgewachsen sind, oder ist das aufgewachsen? Unsere Urahnen vor 52.000 Jahren, die haben sich halt in Stämmen, in kleinen Rudeln zusammengetan. Und da war es entsprechend wichtig, dass du nicht aus diesem Rudel, aus diesem Stamm entfernt wurdest, weil du was Falsches getan hast. Und daher stammt diese Angst, sodass wir entsprechend, ja, das Richtige tun, dass wir entsprechend in einem sozialen Setting in der heutigen modernen Zeit das Richtige tun und nichts Falsches tun. Das ist die Angst davor, kann ich sie jetzt nach der Telefonnummer fragen? Ist es gerade das Richtige? Ist es gerade das Richtige, dass ich sie jetzt gerade furchtlos verehre? Oder werde ich dafür bestraft? Ja, ist die Angst vor Isolation, ausgestoßen zu werden aus der Gemeinschaft. Genau, genau, die Angst vor sozialer Isolation. Was dann entsprechend so, was bedeutet, also das ist entsprechend nur die initiale Angst, die darunter liegende Angst ist dann entsprechend die Angst vorm Verhungern, die Angst vorm Erfrieren, sprich die Angst vorm Sterben. Also die Angst vorm Tod und die Angst vorm Tod geht sogar noch ein bisschen tiefer. Es ist dann die Angst vor der Nicht-Existenz. Kleine Side-Note dazu, ich habe mich gestern mit, äh gestern, vorgestern, keine Ahnung, ist doch völlig egal, wann du diesen Podcast hörst und wann das war, mit einem Coaching-Kollegen unterhalten. Und wir haben uns über einen, die, die, diese Tatsache unterhalten, dass viele Menschen eine, eine Legacy hinterlassen wollen, eine, etwas hinterlassen wollen, etwas, was nach ihrem Tod weiterlebt. Das ist einerseits eine interessante, eine schöne Sache und so weiter, das ist, ähm, etwas, worauf wir aufbauen können und so. Es kann aber auch in eine pathologische Richtung gehen und wenn Menschen sehr, sehr vehement darauf, ähm, pochen, diese, äh, etwas zu hinterlassen nach ihrem Tod, dann kann darunter meist die Angst davor liegen. Vor der Nicht-Existenz, davor, ähm, nicht gut genug gewesen zu sein, in, zu Lebzeiten, damit wir nach dem Tod noch eine weitere Chance haben. Das ist ein sehr interessanter, ähm, für mich sehr interessanter, ähm, ja, kleiner, kleine Side-Note dazu. Ähm, je nachdem, oder je nachdem, wie dem auch sei, die Angst vor der, äh, vor der sozialen Isolation und dann entsprechend wieder hochgebrochen, die Angst davor, kann ich sie jetzt nach der Nummer fragen, ist eine, eine Frage nach Erlaubnis für nicht mal die Frau. Also wir fragen dann nicht mal, haben dann nicht mal Angst davor, dass die Frau falsch reagiert, sondern die mysteriöse, graue Masse um uns herum. Das heißt irgendwie, der Freundeskreis, der dabei ist, äh, oder die, die, die Menschen, die auch auf der Party sind, die vielleicht diese Frau gar nicht kennen. Wir haben das Gefühl, dass wir erst diese Masse nach Erlaubnis fragen müssen, dass wir überhaupt die Telefonnummer erfragen dürfen, bevor wir die Frau nach der Telefonnummer fragen. Und ich benutze jetzt das Wort fragen, einfach in diesem Kontext nur, es ist eher ein, ein Mindset von, äh, wir tauschen Telefonnummern, ich hole mir die Telefonnummer, anstatt von fragen, weil wir dann automatisch in so eine Bittsteller-Position gehen. Okay, daran ist erstmal nichts Falsches nach der Telefonnummer zu fragen, die Bittsteller-Position ist das Problem. So, aber ich benutze erstmal das, das Wort fragen an dieser Stelle. Und wenn wir diese graue Masse, diese unbestimmte, gesichtslose graue Masse, diese Entität nach Erlaubnis fragen wollen, wenn wir Angst davor haben, was die über uns denken, wenn wir jetzt dann gleich diese Frau nach, äh, um Erlaubnis, oder beziehungsweise nach der Telefonnummer fragen wollen, dann haben wir Angst davor, oder dann suchen wir danach, dass wir, dass wir den richtigen Schritt tun, dass wir das Richtige machen, dass wir richtig sind an dieser Stelle, dass wir, dass wir es wert sind. Und wir fürchten dann den, die, die Wut dieser grauen Masse, wir fürchten dann, dass, dass diese, diese Autorität uns bestraft und wir dadurch ausgestoßen werden, wir dadurch sterben. Und glauben dann, dass wir, dass wir eigentlich danach suchen irgendwie, was denken denn die anderen über mich. Wobei es aber, also erstmal interessiert sich niemand dafür, was du machst, weil jeder denkt sowieso nur an sich. Kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf. Hundert Prozent. Der ist wahrscheinlich sogar, ich kann, ich weiß auch jetzt schon, auf welches Zitat wir nachher eingehen werden. Ähm, so, aber die, die, diese graue Masse ist, ist so ein, ich sag das ganz bewusst so oft, so graue Masse, weil es ist niemand wirklich da, der uns richtet, oder über uns richtet, den wir fragen dürfen, das weißt du selber. Aber wir haben so das Gefühl von diesem Dämon oder von dieser Masse von Dämonen, die hinter unserer Schulter, hinter unserem Rücken, da irgendwo stehen und dann zuschlagen, in dem Moment, in dem wir etwas Falsches tun. Und dann unsere Seele in die Hölle reißen und was auch immer. Und deswegen tun wir dann ganz oft Sachen nicht. Diese Angst vor, darf ich gerade diese Frau ansprechen, darf ich gerade diese Frau um ihre Telefonnummer bitten? Das, wir sind, wir sollten eigentlich in diesem Moment bei der Frau sein, in diesem Moment sein. Und, und, und die, die Zeit mit ihr gerade genießen, in dem, in dem Gespräch mit ihr genießen. Stattdessen ist 95 Prozent unserer Aufmerksamkeit auf etwas, was überhaupt nicht da ist. Und wir schieben da immer mehr Aufmerksamkeit von, jede Sekunde schieben wir da immer mehr Aufmerksamkeit hin. Und die Angst wird immer größer, ist die Angst so groß, was die anderen von uns denken, in Anführungszeichen, dass wir da selber Dinge hineininterpretieren. Wir denken dann, dass wir es nicht wert sind, dass sie über uns lachen werden. Dass, wenn sie uns dann einen Korb gibt, und das ist halt so, das ist schon ein Stein gemeistert, dass sie uns einen Korb gibt, dann wird das ganz schlimme Konsequenzen für uns haben. Dann werden die anderen Menschen über uns lachen und so weiter. Und damit auch entsprechend uns ausstoßen. Oder das ist eine Verwarnung, weil wenn ich das dann nochmal mache, dann werden sie uns auf jeden Fall ausstoßen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns, und da werden wir dir auch jetzt in dieser Folge, werden wir unser Bestes geben, dass wir dir dabei helfen, die da rauszukommen, dass wir uns davon nicht mehr leiten lassen. Dass wir uns diese Angst bewusst machen. Ein großer Feind der Angst ist die Information. Und der andere große Feind, in Anführungszeichen der Angst, ist die Liebe. Und wir können da entsprechend zwei Wege wählen, um aus dieser Angst herauszukommen. Und ich denke, in dieser Folge werden wir dir beide geben. Genau. Das erstmal zum groben Überriss, oder Umriss heißt es, glaube ich, was die Angst davor ist, was andere von uns denken. Ich sag's mal ganz, ganz tough erstmal, und dann relativiere ich das Ganze und erkläre auch, wieso. Ihr müsst alle mal öfter in den Schlag ins Gesicht kommen. Ihr müsst alle öfter mal verprügelt werden. Warum? Weil, ich glaube, das Schmerzlimit, was ihr ertragen könnt, hat sich noch nicht abgehärtet, zu einem Punkt, wo du sagst, na, Schmerz ist mir völlig egal. Was ist schon Schmerz? Ich mach's einfach. Und das ist etwas, was du tatsächlich heutzutage viel zu wenig bekommst, ist Abhärtung. Und dadurch bewegst du dich im Mittelmaß deiner Persönlichkeit. Was meine ich damit? Ich meine damit, wenn du Härte erleiden kannst, dann kannst du auch Weichheit, Herz, Güte jemandem schenken. Das Ganze funktioniert allerdings nicht, wenn du dich für weder noch traust. Ich wusste, also, die alle Momente, die mir in meiner Vergangenheit Härte gegeben haben, waren Momente, die verdammt wehgetan haben. Und hier sind wir beim nächsten Punkt, der ist dein Eigendialog. Wenn dir etwas widerfährt, was negativ sich anfühlt, schlecht anfühlt, dann beobachte deinen Eigendialog, ob er sich darauf richtet, was daran positiv war oder was daran negativ war. Wir sind alle super gut darin, wenn uns was Schlechtes widerfährt, das riesengroß aufzubauschen, wie schlimm das doch war. Und wir sagen, ja, Andi, verstehst du, mein Problem ist, nee, das ist nicht dein Problem, das ist deine Herausforderung, an der du wachsen kannst. Allein schon in der Begrifflichkeit, das ist mein Problem, du hast kein Problem. Das ist das, damit musst du aufhören, dir das ständig einzureden. Du hast Herausforderungen und siehe da, du bist schon längst über deine Herausforderungen hinaus gewachsen. Du bist nicht mehr der kleine Junge, der nichts mehr hinkriegt. Du hast verdammt viele Herausforderungen hinbekommen. Schreib mal deine Herausforderungen auf, die du alle hinbekommen hast. Erinnere dich einfach jetzt mal kurz daran. Wann ist das letzte Mal, wo du etwas geschafft hast, wo du früher, wo du davor gedacht hast, das wird ganz schön schwer. Wird gar nicht so leicht sein, daran zu denken. Aber wenn du dich daran zurückerinnerst, wirst du denken, ja, okay, doch, stimmt. Ja, da habe ich davor gedacht, das war gar nicht so schwer. Warum denke ich jetzt eigentlich, dass das so selbstverständlich ist? Scheiß Eigendialog. Weil du dir jetzt wieder den Quatsch erzählst, dass es doch gar nicht so schwer war. Das heißt, du hattest etwas, das war verdammt schwer zu erreichen. Du hast es geschafft. Kannst aber auch verdammt stolz auf dich sein. Und jetzt sagst du, naja, so schwer war das ja gar nicht. Also, wie asozial sind wir eigentlich mit uns selber? Ja. Die Härte, die du antrainieren darfst, deswegen ich gesagt habe, öfter mal einen Schlag ins Gesicht bekommen, das meine ich zum Teil auch wortwörtlich. Ich habe mir über Jahre hinweg im Kampfsport einfach die Presse polieren lassen. Und ich wusste, ich bin schlechter als die anderen. Ja, 100 Prozent. Aber ich wusste auch, mit jedem Mal werde ich besser. Und ich werde mich daran gewöhnen, wie es ist, Schmerz zu erleiden, wie es ist, Schmerz zu erleiden, Schmerz zu erleiden, Schmerz zu erleiden. Und irgendwann, naja, macht mir das Ganze weniger aus. Und es hat mir Rückgrat gegeben, es hat mir die Fähigkeit gegeben, jemanden ins Auge zu blicken, ohne direkt wegzuschauen vor Angst, dass er mir wehtun könnte. Also, was ist schon wehtun, tausendmal erlebt, ist jetzt nicht so schlimm, wenn du einen Schlag ins Gesicht bekommst. Ich wurde als Kind in der Schule, habe ich schon öfters darüber geredet, jeden Tag verprügelt. Hat mich das fertig gemacht? Oh ja, das hat mich verdammt fertig gemacht. Ich wusste aber auch, dass es eine Möglichkeit gibt, wie ich mich damit nicht komplett zerstören lasse. Und das ist, indem ich die eine Sache daran finde, die daran positiv ist. Und die eine Sache, die ich gefunden habe, die daran positiv ist, ist, dass ich den Typen, die mir ins Gesicht schlagen, den Mittelfinger zeigen kann. Und sagen kann, ihr kriegt vielleicht meinen Körper auf den Boden, aber meinen Geist könnt ihr nicht bezwingen. Und das hat dazu geführt, dass sie mich noch viel mehr geschlagen haben und viel härter geschlagen haben. Und das ist natürlich nicht angenehm gewesen. Aber ich habe mich selber nicht aufgegeben. Und ich habe den Eigendialog positiv gehalten. Krass. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das gerade so emotional macht. Aber das führt zum anderen Punkt. Wenn du Härte kennst, dann hast du auch die Fähigkeit für Güte. Weil du kennst dein eigenes Spektrum einfach besser. Und das ist der Punkt mit Verehrung und mit Unabhängigkeit. Die meisten Menschen haben keine Ahnung, wie sie einer fremden, wunderschönen Frau Hallo sagen sollen, weil sie keinen Plan haben, wie sie sich von ihr verabschieden sollen. Weil sie emotional abhängig sind. Weil sobald die Frau Interesse hat, was muss ich tun, um es nicht zu verkacken, da kommt direkt, bumm, die Abhängigkeit. Sehen wir jeden Tag. Jeden Tag. Da ist auf einmal eine Frau, die interessiert sich für dich. Sehen wir im Coaching auch immer wieder. Ja, das sind Männer, die kommen zu uns. Gar kein Frauenkontakt. Gar keine Ahnung, wie sie eine Frau von sich überzeugen sollen. Zwei Wochen im Coaching. Bumm, da ist eine Frau, die interessiert sich für sie. Bumm, da sind sie in einer angehenden Beziehung. Passiert super schnell teilweise. Und dann kommt, dann kommt diese Angst. Dieses, wie soll ich damit jetzt umgehen? Ich bin ja noch im Coaching. Soll ich das Coaching weitermachen? Soll ich das jetzt aufhören? Wie soll ich damit ihr gegenüber umgehen? Soll ich ihr sagen, dass ich jetzt noch andere Frauen kennen werden will? Oder wie soll ich damit umgehen? Und diese Gedanken, die kommen schon viel zu früh, weil die Gedanken bekommen die Männer meistens schon nach dem ersten Date, wo ihr ja noch gar nicht zusammen seid. Ja, also deswegen lass mal die Kirche im Dorf ganz entspannt. Genauso wie sich jede Beziehung entwickelt, das dauert seine Zeit. Und im Verlauf des Coachings hast du genügend Zeit, um da ganz gesund und organisch so eine Beziehung aufzubauen. Das heißt, selbst wenn du am ersten Tag diese Frau kennenlernst, brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Denn nach drei Monaten wird genau der richtige Zeitpunkt sein, wo ihr auch zusammenkommen könnt im Laufe des Coachings. Perfekt. Haben schon so viele gemacht. Hier im Hintergrund siehst du jetzt einige neue Gesichter. Ich habe jetzt wieder neue Fotos aufgehangen. Einer hat mir heute wieder ein Foto geschickt von seiner Freundin, die er im Coaching kennengelernt hat. Super happy. Hier auch mal ein Ehepaar. Nice. Jetzt mal so rein. Wie cool ist das denn? Die beiden so hübsch haben sich kennengelernt im Coaching und ich hänge es nachher auf. Das ist zu lange dauert. Und sind jetzt verheiratet. Super cool. Und so Geschichten gibt es ständig. Das Ganze ist nicht so schwer, sobald du deine Kapazitäten mehr kennengelernt hast. Sowohl in der Güte, in der Verehrung, als auch in der Unabhängigkeit. Und für die Unabhängigkeit, dafür musst du auch einfach mal akzeptieren, dass es Niederlagen gibt. Erst durch das Verlieren, durch das Loslassen, werden wir wirklich frei. Und wenn emotionale Unabhängigkeit bedeutet, dass du frei bist, dann musst du verstehen, dass du dafür erstmal was verlieren musst. Etwas loslassen musst und nicht mehr daran krampfhaft festhältst. Und das Erste, was du da echt loslassen musst, ist dein falscher Stolz. Und deine Idee, dein komplett schwachsinniges Bild der Welt. Ich sage dir nicht, dass du schwachsinnig bist. Ich sage, diese Idee ist schwachsinnig. Ich habe auch daran geglaubt. Es ist einfach eine schwachsinnige Idee, wenn wir darüber mal wirklich nachdenken. Dass alles sich um uns dreht. Dass jeder ständig an uns denkt. Und dass jeder denkt, oh, was hat der Andi da gerade gemacht? Was hat der Dominik da gemacht? Oh, das ist aber gar nicht gut. Oh, das ist aber peinlich. Oh je, oh je. Oh, das werde ich allen erzählen. Ha, die werden ihn so fertig machen. Der Dominik, er wird seinen Job verlieren, wenn ich fertig bin damit, allen davon zu erzählen, wie er gerade einen Korb bekommen hat von einer Frau. Kein Mensch denkt so. Kein Mensch denkt so. Die Angst, dass ein Mensch so denken könnte, ist wie du gesagt hast, Dominik. Die steckt in uns tief fest, weil wir sie so in unserer DNA einfach noch leben haben als Überbleibsel. Genauso wie die Weisheitszähne aus einer Zeit, wo das noch hilfreich war für uns. Wo unser Überleben davon abgehangen hat. Aber jetzt hängt das Überleben nicht mehr von dieser Angst ab. Du kannst loslassen. Wie so viele Ängste kannst du jetzt loslassen. Und das ist der Schritt, der nur durch neue Gewohnheiten kommt. Step by step musst du anfangen, die richtigen Gewohnheiten zu haben. Und eine der Gewohnheiten ist, dass du dir endlich mal sagst, ich bin tougher als das. Ich bin nicht so ein Weichei, wie ich mir selber ständig einrede. Das ist Selbstliebe. Weil wie schwach denkst du eigentlich von dir, dass du bist, dass wenn eine Frau dir einen Korb gibt, dass dich das so total zerstören wird? Das wird es nicht. Was du alles schon geschafft hast in deinem Leben, was du auch alles schon erlitten hast. Das heißt, deine Schmerztoleranz hat schon ein gewisses Level. Dann wird ein Nein von einer Frau, wird dich nicht aus dem Ruder reißen. Ja, solange du das nicht zulässt. Und genau da fangen wir an. Lass es nicht zu, dass dich das aus dem Ruder lässt. Dass dich das aus dem Ruder bringt. Es wird passieren, es gehört dazu. Da, schau mal. Du solltest davon ausgehen, dass Dinge schief gehen. Dass jemand über dich lacht. Dass eine Frau, die ins Gesicht lacht und dich beleidigt und sagt, was für ein Trottel hast du echt gedacht, dass ich dich mögen würde? Horror-Szenario. Lass uns davon ausgehen, dass das irgendwann passieren wird. Wird nicht passieren. Ist noch nie passiert. Keinem der Coaching-Teilnehmer von uns. Aber lass uns davon ausgehen, dass dieses Worst-Case-Szenario tatsächlich passiert. Was dann? Was dann? Was ist deine Legacy? Woran werden sich Menschen erinnern, wenn du irgendwann mal den Planeten verlässt? An diesem Moment? Wirst du diesen Moment dann noch in 50 Jahren? Wirst du dann noch zurückblicken? Wenn du dann deine drei Kinder hast und deine zwei Enkelkinder und deine Frau sitzt neben dir und hält deine Hand. und du sitzt am Kamin und du weißt, du hast eine richtig schöne Familie, eine neue Dynastie aufgebaut. Du bist happy mit deinem Leben. Du bist happy mit dem, was du erschaffen hast und mit wem du das alles teilen kannst. Wirst du dann noch zurückdenken an dieses eine Mal? Wahrscheinlich nicht. Aber wenn du daran zurückdenkst, wirst du wahrscheinlich lachen. Oder mit den Schultern zucken. Denn das Ganze ist unwichtig. Es ist so egal. Es ist so egal, was an einem Tag schief geht oder nicht schief geht. Auch wenn es gut geht, ist das egal. Denn sieh das Ganze nicht als, ich muss hier und jetzt in diesem Moment gewinnen. Das ist so kurzfristig gedacht. Das Ganze ist kein Sprint. Es ist ein Marathon. Und du hast noch so viel Zeit, um besser zu werden, souveräner zu werden, flirtiger, attraktiver. Oder du hast noch so viel Zeit, der Mann zu werden, der schon längst in dir steckt, den wir dir einfach wieder auskitzeln werden. Es hört nie auf. Es ist eine lebenslange Entwicklung. Und diese Timeline, dieser Zeitrahmen, von dem wir glauben, jetzt, jetzt, diesem Augenblick bei dieser einen Frau muss es klappen, ist so bescheuert. Das ist so viel Stress. Das ist so unnötiger Stress. Das ist so, als ob du halt irgendwie eine Abschlussprüfung schreiben musst und halt überhaupt nicht vorbereitet bist. So als ob du irgendwie vor dem letzten Tag, vor Ende des Schuljahres in die Schule eingeschult wirst. Und, Überraschung, morgen ist Abitur. So, jetzt lernen mal. Oh fuck, jetzt muss ich richtig perfekt sein. Nee. So, mach doch einfach. So, das ist ja auch so super Käse, sich darüber nachzudenken irgendwie, okay, diese Frau hat mir jetzt gesagt von mir aus, ah, du Idiot, glaubst du wirklich, dass ich Interesse an dir hätte? Ha, 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 ha. Und wir gehen dann geknickst nach Hause und bilden darauf, auf der Grundlage dieser Abfuhr, unsere gesamte Identität, unsere gesamte Persönlichkeit. Im Sinne von, okay, ich darf keine Frau mehr ansprechen. Anscheinend ist das die Regel, anscheinend ist das ein ungeschriebenes Gesetz. Oder steht irgendwo geschrieben, dass ich das nicht darf, dass ich persönlich nicht Frauen kennenlernen darf. Ich persönlich. Das steht im BGB oder so. Das steht da drin. Alle anderen dürfen es. Okay, alle, nur du nicht. Genau, alle anderen dürfen es. Ich darf das nicht, okay, dann ist das jetzt anscheinend mein Leben. Das ist jetzt meine Identität, das ist so, wie ich den Rest meines Lebens leben muss. Und ein kleiner Teil in dir wird dann sagen, Halleluja, ein Glück. Ein Glück, dass das mein Leben ist, weil dann ist das vorgeschrieben, dass ich das nicht darf und ich muss mich nicht aus meiner Komfortzone herausbewegen. Der andere Teil hoffentlich rebelliert extrem dagegen an. Weil das größte Gut, weil jetzt will ich auch gerade eine kleine Brücke zu deiner Story von vorhin schlagen, Andi. Aber das größte Gut oder das größte Streben eines Menschen ist das Streben nach Freiheit. Und Freiheit ist das, also ist ein anderes Wort für Unabhängigkeit, ist eher das positivere Wort für Unabhängigkeit. Unabhängigkeit ist, weil wegen der Verneinung vor, äh, im Un, in der Unabhängigkeit ein negativ, negatives Wort. Ähm, das heißt nicht, dass emotionale Unabhängigkeit negativ ist, wir nennen es dann einfach nur eine Verneinung als, äh, negativ, weil es eine Verneinung ist. So, die Freiheit, emotionale Freiheit, oder Freiheit bedeutet, dass wir Ja sagen, wenn wir Ja sagen wollen und Nein sagen, wenn wir Nein sagen wollen. Dass wir, und wie, wie du in deiner Geschichte, ähm, so, du wurdest von, von deinen Mitschülern verprügelt, jeden Morgen. Aber sie haben dir entsprechend nicht deine Freiheit genommen. Ganz richtig. Deine Freiheit zu sagen, so, ihr, ihr könnt meinen Geist nicht brechen. Ganz genau. Das ist auch, interessanterweise auch die Geschichte von Viktor Frankl, der, ähm, der seine Familie in KZ verloren hat und dann, ähm, selber auch Insasse war über, über Jahre hinweg und, ähm, dann entsprechend auch zu dem Schluss gekommen ist, dass zwischen Reiz und Reaktion immer noch der Punkt der Entscheidung liegt. Und dieser Punkt oder der Raum der Entscheidung, da haben wir alle Macht darüber, wie wir darauf reagieren wollen. Und wenn, wenn du entsprechend dann vor deinen Peinigern nicht klein beigegeben hast und halt nicht deren Regime angenommen hast, nicht deren Art und Weise, die Welt zu sehen, die halt voller Angst war, sondern dich für deine Freiheit entsprechend dann auch für Selbstliebe entschieden hast. Das wird einigen Menschen, wird einigen Menschen nicht gefallen, weil sie halt durch, durch, durch Raft, durch Ego Sachen durchdrücken wollen, ähm, aber es wird dir langfristig den Weg zeigen oder du wirst von vornherein schon das Gefühl haben, das ist das Richtige. Das ist das Richtige. Es ist das Falsche, klein beizugeben. Es ist das Falsche, gerade klein beizugeben, nur weil ich jetzt diese Woche unterwegs war und fünf Körbe bekommen habe und dich darauf zu konzentrieren, okay, ich, ich, ich höre anscheinend auf, anscheinend Frauen kennenlernen nicht das Richtige für mich. Und statt sich darauf zu konzentrieren, dass du in dieser Woche fünf Frauen angesprochen hast und dass du dich für die Selbstliebe entschieden hast, für die Liebe entschieden hast und gesagt hast so, das ist mein Leben jetzt, ich habe null Frauen in meinem Leben, ich hätte gerne mindestens eine Frau in meinem Leben, zumindest eine Freundin. Und ich habe gemacht, ich bin rausgegangen und habe mich überwunden. Und statt dich darauf zu konzentrieren und dass du der Schöpfer deines eigenen Lebens bist, deiner eigenen Realität und dass du entsprechend kannst, wenn du willst, statt dich darauf zu konzentrieren, konzentrierst du dich darauf auf die Körbe. Oder, wenn du es noch nicht mal gemacht hast, auf die Erwartung, dass du einen schmerzhaften Korb kassierst. Die Angst vor der Angst ist auf das, was uns eigentlich zurückhält. Und wenn wir die Angst vor der Angst überwunden haben und einfach mal machen, dann stellen wir ganz oft fest, dass das Worst-Case-Szenario, also das schlimmste, das schlimmste Szenario, was wir uns vorstellen können, nie eintritt. Und ich liebe es, einen Korb von einer Frau zu bekommen. Ich fucking liebe es. Und sehr viele unserer Teilnehmer lernen diese Liebe ebenfalls zu lernen und zu schätzen. Denn es gibt dir so viel Freiheit, wenn eine Frau Nein sagt. Es ist so schön, es ist so, ah, Hammer. Sie lebt ihre Freiheit, ich lebe meine Freiheit, wie geil ist das denn? Und wer traut sich das schon? Wer traut sich schon, auf einen fremden Menschen zuzugehen und Interesse zu zeigen? Allein dafür schon. Der Applaus des Himmels. Kannst du verdammt nochmal stolz drauf sein. Wenn du dir jetzt noch, wenn du damit überhaupt keine Erfahrung gemacht hast, wenn du dich davor einfach, wenn da sich wirklich bei dir alles zusammenzieht und du sagst, ich würde das gerne können, aber ich kriege es noch nicht hin. Dann bist du nur einen kleinen Schritt davon entfernt. Denn auch das ist einfach nur eine Entscheidung. Du kannst dich dazu jetzt entscheiden. Mein Lieber, du könntest heute Abend noch ein Date haben. Habe ich in der letzten Woche gesagt, wie das geht. Du kannst heute Abend noch ein Date haben. Ist möglich. In Florenz machen wir das. Gar kein Problem. Jedes einzelne Mal bei jedem Workshop hatte jeder einzelne Teilnehmer an dem Abend, wo alle ein Date haben, auch jeder hatte dort ein Date. Und wir hatten nur 90 oder 100 Minuten Zeit, um dieses Date zu organisieren. Wir sind rausgegangen, Leute kennengelernt, socialized, mit Leuten gequatscht, wunderschöne Zeit verbracht, sind auf den Berg hinauf gelaufen und als wir oben angekommen sind, bei Sonnenuntergang, jeder Teilnehmer jedes Mal eine Frau an seiner Seite. Wenn du dir erlaubst, dass es möglich ist. Wenn du aufhörst, auf die Angst zu hören und diesen Eigendialog einmal kontrollierst. Denn alles, was du tust, um zu wachsen, da kannst du verdammt nochmal stolz drauf sein. Da kannst du sowas von stolz drauf sein. Worst Case Szenario. Was ist das Worst Case Szenario? Dieses, oh Gott, sie wird mich beleidigen, sie wird mich überhaupt nicht mögen. Hier ist, was du danach tust. Sei stolz auf dich. Denn wer traut sich sowas schon? Hell yeah. Sau geil. Gut gemacht. Ja. Es ist oftmals die Frage, die die Männer stellen, was sollen denn die anderen über mich denken? Was denken denn die anderen über mich? Was sollen die anderen Menschen über mich denken, wenn ich das mache? Und ich stelle ganz gerne die Frage da zurück. Was sollen die denn denken? Sag mir mal, was die denken sollen. Und dann ändert sich oftmals auch das Gesicht der Männer. Wenn sie dann plötzlich anfangen zu sagen, ja, die sollen eigentlich denken, dass ich ein cooler Typ bin. Eigentlich sollen die denken, dass ich sehr mutig bin, dass ich sie angesprochen habe. Und sie soll denken, auch so, dass ich mutig bin. Sie soll fasziniert von mir sein. Ja, dann mach das doch. Dann sei doch dieser Mensch. Sei doch nicht der Mensch, von dem die Menschen denken sollen, oh, das ist aber peinlich. Und jetzt wirst du als Zuhörer, Zuschauer wahrscheinlich denken, ah, da habe ich ja gar keinen Einfluss drauf. Natürlich hast du einen. Wer denn sonst? Ich, oder was? Andi, die anderen, die Frau? Wer hat da Einfluss drauf? Du alleine bist in deinem Körper, in diesem Fleischanzug. Fleischanzug. Du alleine bist da drin. Du bist die einzige Person, mit der du dein Leben lang jeden Morgen aufstehst und jeden Abend einschläfst. Du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Punkt. Was möchtest du von dir denken? Möchtest du von dir denken, dass du peinlich bist? Dass du das jetzt nicht hättest machen sollen? Oder möchtest du von dir denken, dass du Rockstar bist? Dass Frauen, die du magst, Frauen, auf die du stehst, auch auf dich stehen? Und ich weiß, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, klingt für viele Menschen, da habe ich, wie das gleiche, habe ich keinen Einfluss drauf. Oder das ist ja total Quatsch. Das ist ja total Käse, das zu denken. Ah, das ist ja total creepy zu denken, dass die Frauen, auf die ich stehe, auch gleichzeitig auf mich stehen. Dann wirst du auch genau diese Resultate haben, dass die Frauen nicht auf dich stehen. Weil du dein Outcome, dein Ergebnis davon abhängig machst, was andere von dir denken. Statt bei dir anzufangen. Statt zu fragen, was sollen denn die anderen von mir denken, denke lieber, was sollen die anderen von mir denken? Ich gebe dir mal das, was die von mir denken sollen. Und du wirst merken, dass du einfach selbstbewusster bist. Du wirst merken, dass dann, dass die Frau dich dann, die dir dann vielleicht einen Korb gibt und sagt, oh nein, danke. Dann, wenn du gerade dann dich verabschiedet hast und weggehst, vielleicht noch hinterherrufst. Aber das war wirklich süß von dir, danke, du hast meinen Tag erheitert oder was auch immer. Das wird, das ist schon so oft passiert. Das ist crazy. Oder dass andere Männer auf dich zukommen, wenn das etwas ist, was du haben möchtest, dass du die Zerehrung von anderen Männern haben möchtest, weil du eine Frau angesprochen hast, gibt es. Das ist manchmal eine Motivation von Männern. Die dann auf dich zukommen und sagen so, boah, das war super krass, ich hätte mich das nicht getraut. Wie hast du das gemacht? Das sieht so leicht aus bei dir. Und aber in dir selber bist du am Zittern von der Adrenalin, weil du gerade etwas gemacht hast, was überhaupt nicht in deiner Komfortzone liegt. Und wie Andi gerade schon gesagt hat, da kannst du extrem stolz auf dich sein. Und die Frage, was soll ich tun, wenn es, ich meine, im Grunde genommen sind alle Fragen, die sich darum drehen, wie soll ich mit X Szenario umgehen, mit dem Szenario X, wenn das und das passiert, was soll ich dann machen? Realisiere, dass jedes Mal, wenn es schwer wird, also wenn das Szenario eine Herausforderung wird, dann geht es bergauf. Wenn es schwer wird, geht es bergauf. Du bist wortwörtlich in dem Moment, in dem es schwer wird, dabei zu wachsen, stärker zu werden, resilienter zu werden, weiser zu werden, souveräner zu werden, attraktiver zu werden. Es ist das Geilste, was auf der Welt passieren kann, dass irgendwas schwer ist. Das ist das Geilste. Das ist ein Wachstum. Hell yeah. Das ist so eine geile Chance. Niemand geht ins Gym, ins Fitnessstudio und, also es gibt Leute, die machen das, aber hebt die Gewichte, die er einfach so heben kann und dann geht er nach Hause und dann freut er sich darüber, dass ihm zum Glück keine Muskeln mehr wachsen sind. Macht doch keiner. Ja, das ist, was ich meinte mit, ihr müsst alle mal in die Erfahrung kommen, dass du öfter mal einen Schlag ins Gesicht bekommst, weil so wachsen wir. Und das Ganze dann zu interpretieren als positiven Effekt auf dein Leben. Ja wie, das ist doch nicht positiv, wenn mich jemand schlägt. Es ist verdammt positiv. Alles kann positiv sein, wenn du, wie du gesagt hast, selbst in dieser absoluten Extremform, an die mein Leben nicht mal ansatzweise ankratzt, aber was du gesagt hast, Dominik, Viktor Frankl, der den Holocaust überlebt hat, wenn selbst er das geschafft hat, daraus was Positives zu ziehen. Wer sind wir dann? Warum schaffen wir es dann nicht? Inakzeptabel. Du kannst das. Du kannst das. Du kannst das jetzt schon. Du brauchst nicht mal mich oder Dominik dafür. Du musst einfach mal in den Spiegel blicken und realisieren, was für eine geile Sau du eigentlich bist. Und die bist du. Ja, klar, wir können dir helfen, kleine Feinheiten zu justieren. Was soll ich sagen in der Situation? Was ist einfach effektiver? Was funktioniert besser, damit du Frauen besser verstehst, damit du dich selber besser verstehst? Noch so weitere Kniffe und natürlich, ganz wichtig, die Gewohnheit, weil hier jetzt einmal in den Spiegel zu blicken und zu sagen, ich bin geil, wird sich gut anfühlen, aber schaffst du das auch jeden Tag? Schaffst du das für die nächsten 28 Tage, 90 Tage, 180, 365 Tage? Kannst du dieses hochhalten oder wirst du da sehr schnell wieder zurück in alte Tiefen rutschen? Genau deswegen gibt es Coaches, genau deswegen gibt es Coachings, genau deswegen gibt es uns und die Flirtmasterclass. Und wenn du mit uns arbeiten willst, dann kannst du das easy machen, dann kommst du einfach auf www.flirtanalyse.de und holst dir dort einen der kostenlosen Flirttyp- und Charisma-Analysen, wo wir uns dein Fall, dein Gesicht, deine Energie, deine Ausstrahlung, alles, was du jetzt schon zu bieten hast, wovon du nicht mal weißt, dass es schon längst attraktiv ist, ganz genau anschauen und dir dann sagen, was du tun solltest und worauf du achten solltest, um in den nächsten Monaten dein Ziel zu erreichen, zum Beispiel eine Freundin zu bekommen oder mehr Erfahrungen zu sammeln oder beides. Ein weiterer Reihenfolge, auch immer du das haben möchtest. Es ist machbar für Männer mit Herz, für schüchterne Männer, für introvertierte Männer, für jeden Mann. Besonders für diejenigen, die emotional dir ein Herz haben, die gerne ihr Herz zeigen möchten und für Frauen da sind, die hilfsbereit sind, die vertrauenswürdig sind. Besonders für diese Männer ist es doch umso leichter, eine wirklich tiefe Verbindung mit der Frau aufzubauen. Du stehst dir nur aktuell noch selber im Weg, weil du das Ganze so verkomplizierst und denkst, dass es noch nicht reicht, was du tust. Ich habe vorhin mit einem unserer Teilnehmern gesprochen, mit dem Jens. Und in einem der letzten Videos, warte mal, ich weiß nicht, ich kann es jetzt nicht sagen, ob das jetzt, weil wir nehmen den Podcast immer eine Woche vorher auf, kann ich nicht sagen, ob das Video jetzt gerade rausgekommen ist oder nächste Woche rauskommt, aber da wirst du einen kurzen Ausschnitt, zwei kurze Ausschnitte vom Jens sehen. Ähm, jetzt habe ich seinen Namen schon gesagt, äh, er heißt eigentlich Jens, aber im Video sage ich Jonas, um seine Identität zu schützen. Ähm, aber gut, der Podcast ist kleiner, bleibt, äh, bleibt natürlich in unserem geschützten Rahmen, aber gut, er hat ja sowieso, hat ja sowieso zugestimmt. Genau, also, und dieser Mann, ey, mir ist da ein Schutz, ihr seid mir, ihr seid mir wichtig. Ähm, ja, ja. Und dieser Mann, ähm, der, äh, der hat in einer früheren Beziehung nicht geglaubt, dass er genug ist. Und er hat dieser Frau tausende und tausende von Euros geschenkt, also er hat ihr Sachen gekauft und das Auto immer, immer, immer mit Sprit gefüllt und immer Geschenke, 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 hat seinen Wert daran bemessen, wie viel er ihr monetär geben kann. Und hat sich damit in, äh, echt große Schuld, Schuldenlast, äh, rein, ähm, reingebracht. Und, ähm, und, und ist jetzt dabei, das alles, äh, also, äh, er ist schon längst, hat er schon fast alles geschafft, also, ähm, er ist so viel weiter gekommen, als wir früher waren im Punkt. So viel mehr Selbstvertrauen, so viel mehr Glaube an sich selber. Ich meine, du wirst im Video sehen, was er geschafft hat, bei der Frau, in die er sich zurzeit verliebt hat, die, äh, die er im Coaching kennengelernt hat. Dass er die Fähigkeit hatte, ihr zu sagen, du, ich bin aber jetzt gerade im Coaching und ich, ich werde dieses Coaching durchziehen. Das ist mir wichtig, mir ist, mir ist wichtig, diese Fähigkeit zu lernen und dass ich echt, äh, langfristig eine Beziehung auch halten kann mit der Frau, die ich, die ich liebe. Und wenn du diese Frau für mich sein wirst, dann denke ich, dann wirst du das respektieren, weil das, ich bin von Anfang an ehrlich mit dir. Und, ähm, und dass du weißt, ich, ich tue das, äh, um ein besserer Mann zu sein, für dich und für mich. Äh, und das ist, das ist verdammt geil, das ist lobenswert. Ja, dieser Mann zieht etwas durch, kämpft sich durch und er hat Erfolge, einfach schöne Erfolge. Ich meine, schau dir das mal an, nach wenigen Wochen hat er schon eine Frau, eine Freundin, äh, also hat er eine Frau kennengelernt, die, äh, die man nie zusammen sein will. Hammer. Wie cool ist das denn? Ja, ist alles machbar. So, geh auf www.flirteanalyse.de, wenn du Bock hast. Übrigens, für Florenz, äh, sind, äh, Stand jetzt noch, äh, drei Plätze frei für den zweiten Termin. Ich hab das immer noch nicht an die große Glocke gehängt. Ich hab noch gar keine Storys auf Instagram oder so gepostet. Ähm, wir haben noch zwei Monate. Äh, es sind zu viele Sachen zu tun. Schön. Ähm, aber ja, Stand aktuell sind noch drei Plätze frei. Die ersten beiden Workshop-Termine sind schon komplett ausgebucht. Das ist der letzte Termin. Wir werden nur zu fünft sein. Das heißt, du, vier weitere Teilnehmer, vier weitere Männer, die so ticken wie du, die dasselbe wollen wie du und ihr Herz am rechten Fleck haben. Und ich und wir wohnen zusammen. Wir gehen abends gemeinsam raus. Wir gehen tagsüber gemeinsam raus. Wir lernen Frauen kennen. Wir atmen die Luft der Verführung. Wir sprechen die Sprache der Verführung. Und wir verführen, wie es sich so wirklich gut und richtig anfühlt. Und wir gehen mit Damen nach Hause. Und wir verbringen den Abend auf der Dachterrasse. Wohnung hab ich schon gebucht. Dachterrasse mit dabei. Es ist so wunderschön. Und wie gesagt, bisher jedes einzelne Mal. Zweiter Abend. Tag der Verheirung. Date Night. Jeder einzelne Teilnehmer wird dort Date haben. War bisher immer so. Und wird auch immer so sein. Also, wenn du das möchtest, komm zur Flirtanalyse und wir sprechen mal, ob das für dich Sinn macht und ob du da gut reinpasst. Du bist gut genug. Du bist jetzt schon gut genug. Das ist der Punkt. Ich weiß. Ich weiß, du denkst, aber ich bin's doch noch gar nicht. Ich muss doch noch viel mehr lernen. Und ich kann X nicht. Und ich kann Y noch nicht. Und ich werde immer noch nervös. Und in mir zieht sich immer noch alles zusammen, wenn ich die Frau sehe. Da kann ich doch noch nicht gut genug sein. Inkorrekt. Du bist jetzt schon gut genug. Ist so. Sobald du das akzeptiert hast, losgelassen hast von diesem bescheuerten Bild, dass irgendjemand schlecht über dich denken wird, wenn du vererrst. Ja, wenn du zum Beispiel einer Frau sagst, ich glaube, ich würde dich sofort heiraten. Und dann gehst du vorher auf die Knie und sagst, willst du meine Frau werden? Und das Ganze ist spielerisch, scherzhaft. Weil du kennst sie ja noch nicht so gut. Offensichtlich ist das kein ehrlicher, ernsthafter Heiratsantrag. Aber die Energie, die Verehrung, die ist ehrlich. Die Worte dahinter, die Energie hinter den Worten, die ist pur, rein, authentisch und 100% ehrlich. Denn du magst sie. Und du findest sie total klasse. Und du spielst mit dem Gedanken, wie es doch wäre, einen total romantischen Ausflug zu machen und Flitterwoche mit dir zu haben. Und mit dieser Sprache, die träumerisch, die spielerisch ist, wächst du ihre Fantasie, deine Fantasie. Und du sagst das ohne Angst zu haben, dass sie irgendwas Schlechts über dich denkt. Allein die Tatsache, dass du so etwas sagen kannst, zeigt, dass du einer der wenigen Männer bist, die Kontakt haben zu ihrer gütigen und sanften Seite. Und wenn du Kontakt hast zu deiner gütigen und sanften Seite, dann kannst du auch im nächsten Atemzug die andere Seite auspacken und ihr den Hintern versorgen, wenn ihr zusammen im Schlafzimmer seid. Du kannst beides, du bist ein ganzer Mann. Wir brauchen keine Angst zu haben davor, dass wir Assis oder Arschlöcher sind, wenn wir zu unseren Bedürfnissen stehen. Und wir brauchen genauso wenig auf der anderen Seite Angst davor haben, dass wir Schwächlinge sind, wenn wir zu unseren Gefühlen stehen. Und wenn wir einer Frau sagen, ich finde dich wunderschön, wenn es nach mir ginge, dann wären wir jetzt schon ein Paar. Was machen wir jetzt mit der Information? Du kannst alles, du kannst links und rechts. Ja, das meine ich mit Spektrum. Wenn du dein eigenes Spektrum erfüllst, dein Potenzial in alle Richtungen, dann kann man dich niemals in nur eine Schublade stecken. Dann bist du immer für eine Überraschung gut. Dann bist du die Personifikation eines Abenteuers. Und das ist genau das, was wir alle uns irgendwo wünschen. Aus diesem mondänen, langweiligen Alltagstrott einmal Abwechslung zu haben und aus diesem ständigen Sicherheitsbedürfnis und dieser Angst vor Veränderung ebenfalls einmal loszulassen und ein Stück Freiheit zu kosten. Ein Stück Urlaub, ein Stück Abenteuer. Und das ist kein Ort, das ist keine Aktivität, das ist eine Person, das ist ein Mensch. Das bist du. Du bist dieser Zufluchtsort für Frauen, um Freiheit zu erleben. Freiheit von diesen ganzen Erwartungen, von den ganzen Ängsten. Wenn du ihr zeigen kannst, dass es möglich ist, indem du es vorlebst, indem du ihr zeigst, mir ist es scheißegal, was du jetzt denken wirst, aber ich finde dich rattenscharf. Ich würde dich am liebsten auf der Stelle vernaschen. Und dann schaust du ihr einfach nur in die Augen und lächelst dabei. Situationsabhängig, ja, jetzt gerade spreche ich von einem Date, das sollst du nicht einfach so deiner Arbeitskollegin sagen, wenn sie dir gerade die Quartalszahlen rüber erreicht. Aber diese Fähigkeit einer Frau, mit der du dich auf ein Date triffst, sind natürlich noch einige Schritte davor, wie du das schaffst, zum Beispiel auch deine Arbeitskollegin auf ein Date zu kriegen, kann ich dir auch beibringen, gar kein Problem. Aber ab diesem Punkt, da versagen ja die meisten ab dem Punkt, wo du dann tatsächlich sexuelle Spannung aufbauen solltest und darfst, damit das Ganze viel heißer, schärfer, angenehmer, abenteuerlicher zwischen euch beiden wird, dort dann die Freiheit selber zu personifizieren, die sie sich so gerne wünscht und die du dir so gerne wünschst, dort den ersten Schritt zu machen, mutig zu sein, zu zeigen, dass es machbar ist und dass du das kannst. Da lassen Frauen ihre Hüllen fallen. Das wünschen wir uns doch alle. Wir wünschen uns doch alle, dass uns jemand vorlebt, wie es ist, frei zu sein und einfach auf Konventionen zu scheißen. Die Erlaubnis auch gibt, dass wir frei sein dürfen, was paradox in sich ist, aber das ist genau das, wonach wir so streben und was auch so in uns steht. Und du kannst das. Und das bringt mich auch eigentlich gerade zu dem Zitat, das wir am Anfang noch angekündigt haben, dass wir noch schuldig sind. Auf Deutsch ist es ungefähr, wenn du 20 bist, dann kümmerst du dich extrem darum, was andere von dir denken. Wenn du 40 bist, hörst du auf darüber nachzudenken, was andere von dir denken. Und wenn du 60 bist, dann realisierst du, dass niemand über dich überhaupt jemals nachgedacht hat. Ja. Das ist von Bob Dylan, glaube ich. Und das ist so, es ist einfach so tief und wahr, weil, also worüber reden wir auch jetzt schon die ganze Zeit in diesem Podcast? Wir reden darüber, wie du es schaffst, dass sie sich bei dir frei entfalten kann. Wir reden darüber, wie du es schaffst, die Freiheit auszustrahlen, dass sie Freiheit spüren kann, dass sie nicht verurteilt wird, dass sie bei dir einen Rahmen hat, einen Raum hat, wo sie sie selbst sein kann. Und das ist genau das, was Freiheit ist oder was für dir auch mitgeben wollen, was emotionale Unabhängigkeit ist. Das ist, warum hast du auf dieses Video geklickt, auf diesen Podcast geklickt? Weil irgendwas in dem Titel steht, was für dich interessant ist. Wenn wir in den Titel schreiben würden, ein Gespräch zwischen Andi und Dominik. Würde niemand draufklicken, aber im Prinzip ist es ein Gespräch zwischen Andi und Dominik. So, who cares about that? Niemand. Aber wir müssen das natürlich so formulieren, dass es für dich relevant ist. Dass du das Gefühl hast, dass wir dich ansprechen. Und wir sprechen auf dich an, wenn du das Gefühl hast, dass du angesprochen wirst. Dann sprechen wir genau mit dir. Und genau so ist das das Erlaubnis geben, dass die andere Person sich selber freienfalten kann. Wir geben dir die Erlaubnis, die du schon so lange suchst. Ob wir jetzt die besten Personen dafür sind, das ist nur eine ganz andere Frage. Für den einen oder anderen sind wir das und cool, dann helfen wir gerne für jemand anderen und ist das jemand anders. Auch cool. Aber solange du von mir aus die Erlaubnis von außen bekommst, dass du die Person sein darfst, die du sein möchtest und das dann auch machst, sind wir happy. Und wenn du dir selber die Erlaubnis gibst, umso besser nochmal. Und wenn du diese Freiheit spürst und ausstrahlst und du weißt, wenn du da bist, wenn du sie hast, dann gibst du das ganz natürlich auch an andere weiter. Dann ist dir ganz natürlich vollkommen egal, in Anführungszeichen, was andere von dir denken. Nicht, weil du, nicht egal aus dem Sinne von, oh, die anderen sind so scheiße, ich werde es denn jetzt zeigen, mir ist mal richtig egal, was die von mir denken. Das ist Egoismus. Das ist Arroganz. Das ist, das ist pur, pures Ich gegen die denken. Das ist nicht das, was wir meinen. Das ist nicht Freiheit. Wenn wir denken, also die erste Stufe davon ist immer so von dem Gedanken. Mir ist wichtig, was andere von mir denken. Da ist die erste Stufe immer so, nee, nee, mir ist völlig, völlig egal, was andere von mir denken. Wir haben das auch im Intro gesagt, weil es so catchy ist, weil es etwas ist, was Menschen gerne so in den Mund nehmen. Aber psychologisch ist das absolut Quatsch. Wir sind soziale Wesen und die meisten von uns, für die meisten von uns ist es wichtig, was die anderen von uns denken. Deswegen haben wir auch so Angst davor, was die anderen von uns denken. Es gibt Menschen, denen ist das vollkommen egal. Diese Menschen sind Psychopathen. Die haben ganz andere Probleme, aber die haben auch ganz andere Vorteile dadurch. Muss dann halt abgewogen werden. Situativ. Aber den meisten ist es wichtig, was die anderen von uns denken, weil wir soziale Wesen sind, weil wir gelernt haben, dass wir in der Gruppe besser funktionieren und wahrscheinlicher überleben. Daher ist es uns wichtig, was die anderen von uns denken. Aber zu sagen, mir ist völlig egal, was andere von mir denken, ist, das ist einfach nur ein Fünfjähriger, der einfach nur ein bisschen aggro ist. Der einfach sein Spielzeug auf dem Supermarkt nicht bekommt. Wenn ich sage, mir ist dies und das egal, dann ist mir dies und das immer noch wichtig. Wenn es mir wirklich egal wäre, würde ich darüber gar nicht nachdenken. Das würde mir überhaupt nicht in den Sinn kommen, was andere von mir denken. Und das ist dann der Punkt, wo wir wirklich über Freiheit sprechen, emotionale Unabhängigkeit sprechen. Wenn dir überhaupt nicht in den Sinn kommt, was jemand anderes gerade von dir denken könnte, ob du das machen darfst oder nicht, sondern du machst es einfach, weil du spürst, es ist das, was richtig gerade ist. Was deine Wahrheit ist, dass du sie jetzt gerade ansprichst, dass du sie ansprichst und sagst, ey, ich habe dich gerade gesehen, ich finde dich super süß, du bist absolut atemberaubend. Wie heißt du? Ich bin Peter. Und sie warst gar nicht darauf zu reagieren, weil das einfach aus dem Nichts kommt. Weil es so ehrlich ist, weil es so authentisch ist, weil es einfach so frei ist, wenn du das sagen kannst. Und dann sind wir an dem Punkt, dass es dir tatsächlich egal ist, was sie über dich denkt, während du zu dir selber gestanden hast. Lass uns das ruhig mal in den richtigen Kontext rücken, weil, wie du gesagt hast, keinem von uns jetzt hier, Zuschauer, Zuhörer und uns, ist es komplett egal, was andere von uns denken. Aber, und du kannst dich daran zurückerinnern, mein Lieber, dieses Beispiel, das wird eine Erinnerung hervorrufen. Und das sollte dir zu denken geben, dass du schon längst alles in dir hast, was du brauchst. Wir alle kennen es, wenn wir zu uns selber gestanden haben, weil wir eine Weih ausgesprochen haben, an die wir geglaubt haben. Und uns dann egal war, wenn uns dann egal war, wie die anderen dazu standen. Weil wir haben es gesagt und es war das Richtige und dazu stehen wir auch. Dann war es uns egal. Und genau das ist die Kunst, dass du auf deine Reue mehr hören kannst. Dass du herausfindest, wo dein eigener moralischer Kompass die ganze Zeit schon hingezeigt hat, was das Richtige ist. Welche Entscheidungen du tagtäglich treffen solltest. Für mehr Freiheit, für mehr Liebe, für mehr Güte, für mehr Verführung. Was was Tolles ist, was Positives. Damit gibst du dein echtes Geschenk an die Welt, indem du es anderen erlaubst, sich bei dir frei zu entfalten. Das ist Verführung. Und wenn du das Ganze, weil du in dieser Instanz mit dieser Frau ein sexueller Mann bist und du diese sexuelle Freiheit ihr schenkst, indem du sie dazu inspirierst, indem du zeigst, dass du dich wohl in deiner Haut fühlst, dann bist du auf dieser sexuellen Ebene ein Geschenk für sie. Und sie wird sich bei dir wohlfühlen und wird das natürlich auch gerne mit dir machen und nicht mit jemandem, der versucht, cool zu sein und sich eine Maske aufsetzt, was inauthentisch ist. Ja. Und dieser moralische Kompass, dieses Reuegefühl, nutzt das. Jedes Mal, wenn du etwas bereust und denkst, ah, ich hätte. Deswegen ist es dir nicht egal, was andere über dich denken. Weil du weißt, du denkst selber schlecht über dich. Du denkst, ah, das hätte ich nicht tun sollen oder ich hätte mich trauen sollen. Und weil du dich selber kacke über dich selber fühlst, denkst du, andere denken auch kacke über dich. Aber wenn du auf deinen moralischen Kompass hörst, wenn du denkst, ich habe das getan, woran ich geglaubt habe und ich habe meinen Mut zusammengenommen, ich war zehn Sekunden länger mutig, als ich es davor konnte, ich habe es einfach gemacht, ich habe zu dem gestanden, woran ich glaube, woran ich denke, dass es das Richtige ist und dass es ein Geschenk für die Welt ist und dafür brauche ich mich nicht zu verstecken, dann wird dir in dem Moment tatsächlich egal sein, was andere von dir denken. Und weil du etwas Gutes tust. Weil du für dich einstehst. Selbstliebe. Das ist auch der Punkt, den ich vorhin am Anfang noch meinte. Liebe hat zwei, ach, Liebe. Angst hat zwei Feinde, die Information und die Liebe. Und die Liebe beginnt in der Selbstliebe. Wenn du zu dir selber stehst und sagst, ich habe mich so lange von der Angst leiten lassen. Das reicht jetzt. Ich stehe jetzt zu mir. Ich praktiziere mal Selbstliebe. Und überwinde diese Angst damit. Angst, sich von der Angst leiten zu lassen, ist, sich selber einzusperren. Und sich in dem Moment von der Liebe, von der Selbstliebe leiten zu lassen. Oder auch entsprechend von der Liebe, dass diese Frau dir das Herz schneller schlagen lässt. Und du gehst da gerade hin. Sich davon leiten zu lassen. Von der Schönheit im Leben. Sich davon leiten zu lassen. Von dem, was deiner Wahrheit entspricht. Was dir gut tut. Und sich davon leiten zu lassen, dass du bist dadurch extrem viel stärker. Und du wirst Sachen nicht bereuen am Ende. Das ist einfach die Sache so. Du wirst dann nach Hause gehen und sagen, selbst wenn sie dir den Korb gegeben hat, du wirst dann nach Hause gehen und dann sagen so, wow. Das war cool. Krass. So was kann ich. Und ich möchte noch kurz ein weiteres Level von, was denken andere über mich, sprechen. Das ist etwas, was wir ganz oft vergessen. Also wenn du jetzt gerade noch was da... Nein, nein, bitte. Ich will dir den Punkt reichen, Rätchen, Andi. Deswegen. Wir vergessen das sehr oft. Wenn wir uns extrem damit beschäftigen, was denken die anderen über mich. Was andere über mich denken, was andere über dich denken, ist, es geht dich einen Scheiß an. Es ist deren Privatsache. Was in meinem Kopf abgeht über dich, ist meine Privatsache. Das geht dich überhaupt nichts an, es sei denn, ich frage dich, ob ich das mit dir teilen darf. Selbst wenn ich es ungefragt teile, geht dich das überhaupt nichts an. Das ist auch dann der Punkt, wenn wir Angst davor haben, ständig kritisiert zu werden. Menschen kritisieren uns die ganze Zeit. Das ist die Frage, wer uns kritisieren darf. So, auf wen wir hören. So, ist halt eigentlich nochmal eine andere Podcast-Folge, eine weitere Podcast-Folge, die wir damit füllen können wahrscheinlich. Aber was andere über dich denken, ist deren Privatsache. Das geht dich überhaupt nichts an. Es sei denn, du fragst sie und sie teilen es mit dir gerne. Okay, was denkst du von mir, Dominik? Dass wir einen Mic Drop Moment erreicht haben. Aber das denke ich nicht von dir, das denke ich von der Podcast-Folge. Dann solltest du die Chance nutzen, mein Lieber, und deinen Browser rausfuhren. Und auf flirtanalyse.de gehen. Denn du bist nur noch ein klein... Aber nicht in der Öffentlichkeit. Naja, was würden dann die anderen von dir denken? Nicht in der Öffentlichkeit den Browser rausholen. Bloß nicht, was würden dann die anderen von dir denken. Scheiß drauf, hol dir einen Projektor und projizier das an die Wand und geh jetzt auf flirtanalyse.de, damit jeder sieht, was du da machst. Ohne Mist. Auch da hat der Jens in dem Video super geil zu sich selber gestanden. Das gibt dir so viel Freiheit. So viele Männer im Coaching erzählen Frauen. Wir hatten das jetzt schon öfters in den Calls, dass dann Mädels mit dabei im Call waren. Und das waren halt die Teilnehmer an die Frauen, die sie kennengelernt haben, mit den Call geholt. Ja, hey, das ist Annika. Annika findet das interessant, was wir hier machen. Und dass ich hier Coaching mache. Supergeil. Der steht zu sich selber. Das ist Freiheit. Und das ist auch Freiheit. Der Tobias hat auch seine Freundin letztens mitgebracht. Und ich habe sie dann auch gefragt. Sag mal, hast du eigentlich auch eine Frage? Du bist jetzt auch dabei. Du bist hier still zuhören. Hast du auch eine Frage. Und dann habe ich auch sie gecoacht. Das ging, glaube ich, auch eine halbe Stunde mit ihr. So, wie locker. Wie cool kann das denn sein? Aber wir glauben halt immer, es ist alles peinlich. Oder so, weil wir ja noch nicht so gut miteinander sind. Alter, und dann hast du eine Frau, die sich ebenfalls entwickeln möchte. Also, das ist doch eine wunderbare Basis für eine Beziehung. Dann könnt ihr euch tatsächlich zusammenentwickeln. Wie toll. Wie Hammer. Also, das ist doch gerade was, wonach du absichtlich filtern solltest. Du solltest absichtlich ihr deine Schwächen teilen. Du solltest absichtlich sagen, hey, ich hatte früher kaum mehr Verordnungen mit Frauen. Ich habe das nie hinbekommen. Ich war nicht souverän. Ich war nicht witzig. Ich konnte nicht flirten. Ich bin ständig in die Friendzone gerutscht. Alle Mädels, mit denen ich spreche, die glauben mir das nie. Meine Freundin auch, weil sie hat mich kennengelernt, als ich an einem Punkt war, wo ich deutlich Fortschritte gemacht habe. Und so, ich kann mir das nie vorstellen, wie du das erzählst. Das ist so krass. So, ja, ich weiß. Ich habe ja auch verdammt viel dafür getan. Über Jahre hinweg. So, du kannst halt eine Abkürzung nutzen. Das ist halt Coaching. Ja, ich habe damals jahrelang kein Coaching gemacht, bis ich mich irgendwann dazu entschieden habe. Und bumm, dann geht es tausendmal schneller nach oben. So, wenn du das willst, flirtanalyse.de, mein Lieber. Es ist nur ein Schritt weiter, die Entscheidung zu treffen. Ich versuche dich hier nicht zu irgendwas zu überzeugen. Wenn du selber spürst, dass da etwas ist, wo wir dir helfen können. So, Teufel solltest du dieses kostenlose Angebot nicht annehmen. Diese kostenlose Flirt-Typ-Analyse. Wenn wir zueinander passen, wenn das Sinn macht, da sind ein paar Wends, dann schauen wir danach, ob du auch ins Coaching kommen kannst oder nicht. Aber erstmal sollten wir uns kennenlernen. Das ist genauso wie mit jedem Date. Sollen wir direkt heiraten? Nein. Erstmal kennenlernen. Und dann schauen, passt das. Und wenn das passt, dann kann man aufs nächste Date gehen. Dann kann man weiterschauen. Und da sind wir beim Punkt Vertrauen, mein Lieber. Am Ende kommen wir immer wieder zu einem dieser Punkte. Emotional-Unabhängigkeit, Vertrauen, Entscheidungen treffen. Alles Sachen, wo die meisten Menschen einfach Schwierigkeiten mit haben. Okay. Vertrauen. Ja. Du möchtest selbst vertrauen. Richtig. Du möchtest dich in jeder Situation souverän fühlen, selbstbewusst fühlen. Damit du so agieren kannst, wie du es gerne möchtest, ohne Angst. Selbstvertrauen. Dazu brauchst du Vertrauen. Um Selbstvertrauen zu haben, brauchst du erstmal Vertrauen. Vertrauen in den Prozess. Und vielleicht fängst du, bevor du dir selber vertrauen kannst, einfach mal an, anderen zu vertrauen. Zum Beispiel dem, was wir dir heute gesagt haben. Wenn es sich richtig anfühlt. Auch da. Glaub nicht alles, was wir sagen. Hör in dich selber hinein. Guck in deinen moralischen Kompass. Klick da was. Fühlt sich da was richtig an? Was gut an? Wo du sagst, ja, diese Freiheit hätte ich gerne. Ja, Geschenk für andere Freiheit. Geschenk für andere sein. Können. Das möchte ich. Wenn das sich gut anfühlt, dann vertrau uns doch auch mal bei den anderen Punkten, wo wir dir sagen, dass du schon gut genug bist, dass du das Ganze schaffst, dass du dir keine Sorgen mehr machen musst, dass wir sowieso alle irgendwann mal den Planeten verlassen werden und alles scheißegal ist und du deswegen auch ruhig auch mal es riskieren kannst, dein Gesicht zu verlieren, so what, dann setzt du ein Lächeln auf und voila, dein Gesicht ist wieder da. Ja, ist alles okay. Dich gibt es noch. Es gibt uns alle. Einfach mal durchatmen. Es ist alles entspannt. Wenn du Hilfe dabei brauchst, wenn du willst, dass wir dich dabei begleiten, dann komm zu uns. Dann gib uns dieses Vertrauen, das du gerade dir selber noch nicht geben kannst. Und durch dieses Vertrauen in deinen Coach oder in deine Mitstreiter, die du kennenlernen wirst, die alle dich unterstützen werden, das ist die geilste Gemeinschaft auf der ganzen Welt, ich bin fest davon überzeugt, es ist so cool, wie die Jungs sich unterstützen und gegenseitig treffen, die unterstützen sich, die helfen einander, die loben einander. Das sind Freundschaften, die viele von ihrem eigenen Freundeskreis so niemals kannten, weil sie sich dort nie, siehe da, nie so offen zeigen konnten, weil sie gedacht haben, wenn ich alle meine Schwächen so zeige, dann werde ich verurteilt. Wow, hier kannst du das. Hier kannst du das und wir sind alle auf Augenhöhe. Ja, und wir helfen einander und ich bin jeden Tag mit euch in Kontakt. Du hast quasi dein Coaching sowieso immer in der Hosentasche. Das ist das geilste Coaching auf der Welt, ohne Witz, ohne Scheiß, ohne Scheiß. Auch da, ja, das kann ich sagen aus Selbstvertrauen, aber die Selbstvertrauen hat sich aufgebaut, weil wir es einfach immer wieder gezeigt haben, dass es funktioniert. Okay, aber jetzt genug darüber. Du weißt, wohin du gehen musst, welche Webseite du eingeben musst, um mit uns zu sprechen. Steht da auch in der Beschreibung. Vertrauen bedeutet, dass du loslässt. Wie? Demnächst kommt auch Indiana Jones raus. Beziehungsweise, wenn die Podcast-Folge draußen ist, dann sind es nur noch zwei Tage, glaube ich, bis zum neuen Indiana Jones-Fern. Du erinnerst dich an die Szene in Indiana Jones und, na wie heißt der dritte Teil? Mit Sean Connery und Indiana Jones trifft Sean Connery. Aber einige von euch werden wahrscheinlich jetzt gesagt haben, ja klar, Indiana Jones und, ja. Okay, dieser Film, wo sie nach dem heiligen Krals uhren. Und eines dieser Hindernisse, eines dieser Herausforderungen, nicht Probleme. Fuck that. Herausforderungen, in denen wir wachsen können, ja. Positiver Eigendialog. Einer dieser Herausforderungen ist, dass er darauf vertrauen muss, dass wenn er in diesen Abgrund sich fallen lässt, es gut gehen wird. Und es gibt keine andere Möglichkeit, als es einfach zu probieren. Und er macht das. Und er lässt sich fallen. Und auf einmal steht er auf dieser Brücke. Kennst du die Situation? Die Szene. Die optische Illusion. Auf der er dann die ganze Zeit steht. Auf dieser Brücke. Und dann kommt er vorwärts. Und nachdem er vorwärts gekommen ist und die Brücke überquert hat, hilft er anderen über die Brücke. Gut, er hilft auch ein paar Nazis über die Brücke. Das ist zwar nicht so cool, aber hey. Das sind trotzdem Menschen. Und die sterben auch zum Schluss. Also alles gut. Aber nachdem du dir selber und dem Prozess vertraust, lernst du es dir selber zu vertrauen. Und wenn du dir selber vertrauen kannst, kannst du anderen etwas davon abgeben. Das ist die Moral der Geschichte, auf die ich hinaus will. Dann kannst du für andere ein Geschenk sein. Und das ist das Ziel, mein Lieber. Sei doch bitte nicht so egoistisch. Sei doch bitte nicht so egoistisch, die ganze Zeit an deine Probleme zu denken. Und oh, das und das. Und was passiert dann mit mir? Und was ist dann für mich? Für mich? Scheiß doch mal drauf, was mit dir passiert. Was kannst du denn für die Frau Gutes tun? Und all diese Idioten, die dann im Internet mir schreiben, oh, ich habe all den Frauen meines Lebens langen, bin ich hinterher gerannt. Ich werde das nie wieder tun. Scheiß drauf. Ich denke jetzt nur noch an mich. Du gehst gerade ins andere Extrem, aus Angst, aus Verletztheit. Das ist eine Trotzreaktion eines kleinen Kindes. Ja, ja. Bitte, lass uns alle dort den Anspruch haben, erwachsener, reifer, weiser zu sein. Denn mit dieser Kinderkacke kommen wir nicht weiter. Okay? Die haben ihr Schicksal besiegelt. Manchen Leuten können wir helfen, anderen Leuten können wir einfach nicht mehr helfen. Wenn jemand die ganze Zeit sich beschweren will und ich gehe in den Kommentaren auf ihn ein und versuche, ihn zu coachen und er will nicht, fein. Tschüss. Musst du auch realisieren. Kannst nicht allen helfen und wenn auch eine Partnerin einfach zu dir nicht passt oder partout nicht geholfen werden möchte, loslassen. Gehört dazu, um die Freiheit zu erlangen, dann auch die Partnerinnen und die Menschen einzuziehen, die dir gut tun, für die du gemeinsam dann auch etwas Wunderschönes erschaffen kannst und aus dem ihr dann gemeinsam etwas für andere wiederum Positives erschaffen könnt. Also lass los von den Menschen, die dir nicht gut tun. Wo war ich? Und diese Aussage, warum sollte ich an die Frau denken, wenn ich so lange verletzt wurde, ich will das nicht mehr machen. Genau, das ist was, was die anderen Typen dann manchmal sagen in den Kommentaren. Aber du, mein Lieber, wenn du dieses Selbstvertrauen haben willst, dann leg dein Vertrauen mal in die Experten, in uns und glaub mir und vertrau mir. Wenn du mehr daran denkst, was du Gutes für sie tun kannst und nicht mehr an dich denkst, und ich meine nicht so den Fehler, den der Jens gemacht hat mit, ich kaufe ihr alles und ich schenke ihr ständig Sachen, weil da hat er sich selber komplett vernachlässigt. Das ist eine Unsicherheit. Richtig, das war ebenfalls eine Reaktion auf seine eigene Unzulänglichkeit, wo er sich selber nicht wertgeschätzt hat. Nein. Wir gehen jetzt mal von einer Welt der Fülle aus, in der es unendlich viel Essen, Trinken, Liebe, Zärtlichkeit, Sicherheit, es gibt alles. Wir sind im Garten reden. Du meinst, du gehst von unserer Welt quasi? In der Welt, für die du dich jeden Tag entscheiden kannst, ja, klar. Ich schaffe das zwar nicht immer, aber ich habe die richtigen Gewohnheiten, um, wenn ich mich mal down und schlecht fühle, dann wieder das Ganze umzudrehen, um tatsächlich wieder in dieser Welt zu sein. Richtig, Dominik. Wenn du in so einer Welt wärst, warum sollst du da nicht anderen etwas von diesem Glück abgeben? Warum sollst du anderen nicht anstecken und sagen, hey, hier, willst du nicht auch glücklich sein? Das ist vollkommen natürlich. Das ist vollkommen natürlich. Das ist so crazy, das, was du jetzt gerade gesagt hast. Das ist so natürlich, wenn wir in der Fülle sind, dass wir anderen Menschen helfen, dass wir anderen Menschen geben. Und wir glauben dann erst, und das ist der Trugschluss, den wir haben. Ich muss da gerade mal so reingrätschen, weil ich so begeistert von diesem, von einfach, von dem bin. Das ist der Trugschluss, den wir haben. Ich muss erst haben, bevor ich anderen geben kann. Und das ist fucking falsch. Du musst nicht erst haben, damit du dann in der Fülle bist, um anderen zu geben. Du kannst dich jetzt schon für die Fülle entscheiden. Und das ist genau das Vertrauen, was wir meinen. Wenn du weißt, dass die Welt voller Fülle ist. Und selbst wenn du das noch nicht weißt, dann, for the love of God, stell es dir einfach nur mal vor, für eine Woche, dass du alles hast, was du hast. Du wirst sehen, wie positiv sich dein Leben in so kurzer Zeit verändert. Wenn du davon ausgehst, dass du jetzt schon alles hast und alles, was du haben möchtest, das kommt ganz automatisch zu dir. Du hast es bei Amazon bestellt. Es wird gerade an deine Tür geliefert. Du musst einfach nur eines Morgens die Tür aufmachen und da stehen 70.000 Pakete und alles ist da, was du haben möchtest. Du wirst im Vorfeld schon anderen damit helfen wollen. Du wirst im Vorfeld schon anderen gute Laune schenken. Du wirst im Vorfeld schon Komplimente geben. Und plötzlich stellst du fest, wow, ich bin ja völlig happy gerade. Wie kommt denn das? Überraschung, weil du die Quelle deines Glückes bist, deines Lebens bist. Du erschaffst das. Und wenn du die ganze Zeit denkst, ich habe noch nicht, ich muss erst haben, dann wirst du auch nie bekommen. Du wirst immer auf der Suche sein. Es wird nie genug sein. Es wird nie etwas genug für dich sein. Du wirst 5 Euro auf der Straße finden und dich vielleicht kurz darüber freuen, aber dann wirst du denken, ja gut, 5 Euro, aber es sind keine 500 gewesen. Ah. Du bist jetzt schon gut genug. Du hast jetzt schon alles, was du brauchst. Und jetzt hör mal in dich rein, fühl mal in dich rein, wenn wir dir das sagen. Also, ich hoffe, das fühlt sich gut an. Handle danach. Wie wäre es, wenn du jetzt schon gut genug bist? Wie wäre das? Das wäre crazy, wäre geil, oder? Überraschung, du bist es. Schön. Ich wollte gerade in eine andere Richtung gehen, als du gesagt hast, wie gut fühlt sich das an? Wo in deinem Körper fühlt sich das gut an? All right. Geh auf www.flirtanalyse.de, um mit uns zu sprechen, dir deine kosmosoflirte.charisma-analyse abzuholen. Vielleicht ist noch ein Platz frei in Florenz. Wir werden sehen in Verlieben in Florenz. Den Workshop, den es nur dieses Jahr und an diesem Termin im August geben wird. 23. bis 27. August. Wenn du nicht dabei sein kannst, dann werden wir eben eine Alternative für dich finden, wie du trotzdem dein Ziel erreichst. Nämlich egal wann und wo. Und das machen wir in der Flirtmasterclass. Von den ganzen Erfolgen, die du schon gehört hast. Die wir dort für euch ermöglicht haben. Übrigens, ich habe vorhin gesagt, drei Plätze sind noch frei. Stand jetzt. Die Folge kommt aber eine Woche später raus. Kann durchaus sein, dass es jetzt nur noch zwei oder eine oder gar keine mehr ist. Also, behalte das im Hinterkopf. Ich hoffe, du hast ein wenig losgelassen von dem schrecklichen und schädlichen Gedanken, was denn die anderen so Negatives über dich denken können. Ich hoffe, du hast dich dazu entschieden zu einem positiveren Selbstdialog. Ich hoffe, du hast dich entschieden zu mehr Vertrauen und mehr Liebe. Und du findest die Möglichkeit, dir selber für alles, was du bisher getan hast, was nicht gut funktioniert hat, zu verzeihen. Und für all das, was nicht gut funktioniert hat, dennoch herauszufinden, was das für einen positiven Effekt auf dein Leben hatte. Und was du daraus dennoch Positives gezogen hast. Denn entweder du wächst oder du lernst, Scheitern gibt es nicht. Alles ist eine Erfahrung, die dich höher und weiter und stärker und geiler und attraktiver und besser und so weiter bringt. Fahr vorsichtig, fahr vorsichtig wie immer, damit es dich noch lange gibt und du für viele Menschen noch ein Geschenk sein darfst. Wir haben dich lieb und wir sehen uns in der Chaos-Manalyse. Gute Nacht.